Das perfekte Promi-Dinner, Dschungelspezial Teil 2 für 2016, das heißt Nathalie Benderes, Fürst und der Philosoph Ortega. Los ging's beim Dschungelkönig und er begrüßte das Kamerateam in einer, sagen wir mal, rumpligen Bude. Er hätte noch nicht so die Zeit gefunden, aufzuräumen, alles ordentlich zu machen und hat wirklich tatsächlich einen Tag zuvor anscheinend alles mögliche eingekauft. Also wirklich Töpfe, Herdplatten, die Zutaten natürlich, Gläser, Teller, Tischdecke. Den Tisch selber hat er sogar neu gekauft, da hat er noch einen Kumpel einen Akkuschrauber vorbeigebracht, damit er das Ding aufbauen kann. Wirklich sehr geil. Ansonsten hat der Menderes recht simpel und einfach gekocht, fand ich aber sehr interessant, weil er sich sehr kreativ zeigte. Aber vom TV-Team-Seite und auch die Gäste sozusagen, man machte sich so ein bisschen lustig drüber. Auch hat der Menderes wohl so ein bisschen hier und da versalzen, aber es war so eine Kochkünstige, waren halt ständige, permanente Belustigung, was ich unmöglich fand. Also ihn fand ich wesentlich kreativer und interessanter vom Kochen her. Der Rest war eher so, ich sag mal, in gewisser Weise, wo ich so denke, dass halt dieses typische Kochen und hier ist wirklich so mal Kreativität gezeigt worden, hat auch sozusagen, würde ich mal sagen, für mich auch was inspirierend, um sich Anregungen zu hören. Naja, auf jeden Fall beim Menderes ging es los und weiter ging es dann beim Ortega. Und da sozusagen, das Kochen war sozusagen nicht so gerade so der Mittelpunkt der ganzen Sache, sondern wie er sich mal wieder inszeniert hat, als ja philosophischen Sprücheklopfer. So zum Beispiel da, wo sie diniert haben, der bezeichnet einfach mal die, ja, Dinnerstühle als Unikate und stellt dann fest, okay, äh, das sind immer zwei Stühle, die gleich aussehen. Und man sagt dann, naja, es sind dann zwei Unikate und so. Und er philosophiert dann was davon, dass die schon 150 Jahre alt sollen und da haben schon Könige und sonst was draufgesessen und so. Also dann versucht er sich noch als Leseratte zu inszenieren, weil da sozusagen in der Vitrine ein paar Bücher stehen. Als Uhrensammler inszeniert er sich auch noch so. Er hat dicke Rolex aus Gold oder was, das war also eine goldene Uhr, war es jedenfalls. Das Geile ist dann aber, dass die Wohnung ihm gar nicht gehört, sondern einem Kumpel. Und wo denn die Gäste da sind und am Tisch sitzen, sagt er auch gleich, ja, hier alles aufpassen, nichts anfassen und so. Nicht was kaputt machen hier, er will da keinen Ärger kriegen und so. Auch beim, äh, beim Porzellan ganz aufpassen und dies und das. Also er inszeniert sich als großer Materialist sozusagen. Er hat richtig was teilweise Adliges, die Wohnung gehabt sozusagen als Kohlehaber. Äh, aber dann so, bloß nichts kaputt machen. Aufpassen, das ist nicht alles meins. Äh, beim Kochen wird es dann auch so ein bisschen kurios. Er hat dann, äh, von so einer, ja, Fertig-Spaghetti-Packung, wo so Nudeln, Würz, Gewürzmischung und sowas alles drin sind. Da hat er dann die Gewürzmischung rausgenommen, um damit seine, äh, Gemüse, um sein Gemüse-Eintopf zu würzen. Wo ich mir so dachte, ähm, mit Kochen hat das jetzt auch nicht viel zu tun, was er da macht. Wenn er sozusagen halt Gemüse in den Topf und dann so eine Fertig-Würzmischung drüber zu schmeißen. Äh, geil ist dann auch, wo er so ein bisschen so drüber philosophiert, dass er nicht über, auf Äußerlichkeiten Wert legt, sondern halt, äh, so auf innere Werte und sowas Wert legt. Äh, und da denke ich mir auch so, ey, du hast dich doch alles gerade als Materialist durch und durch gezeigt mit deinen Uhren, mit, äh, der Wohnungseinrichtung und so weiter und so fort. Äh, aber dann so zu, äh, so zu tun, als würde man nicht auf Äußerlichkeiten Wert legen. Interessant war doch noch bei ihm, dass, äh, der Menderes sich da wohl ein bisschen kritisch gezeigt hat, wobei ich das eigentlich eher als Verbesserungstipps immer gesehen habe. Und, äh, am späterem Teil des Abends, äh, hält denn der Menderes so ein, ich sag mal, Anti-Alkohol-Monolog sozusagen. Er will ja ein Vorbild sein, äh, nicht zu trinken. Er will auch, äh, niemanden animieren zu trinken und so weiter und so fort. Äh, sofort, äh, passt denn natürlich den anderen drei Gästen nicht, die sich da ordentlich mit Alkohol zuschütten. Äh, dann, äh, sagt der Menderes noch was, beziehungsweise er fragt, äh, wie es mit den Kalorien bei was da aussieht, beziehungsweise, dass sowas halt kalorienreich ist und da muss natürlich auch wieder der Ortega einen Spruch rauslassen, so, ja, die Psyche kann sehr labil werden, wenn man nicht genug isst. Äh, also bloß weil der Menderes sich Kalorienbewusst zeigt, heißt also, also, äh, weil man wenig Kalorien isst, kann man ja gerade mehr essen, das ist ja der Trick daran. Man ist schneller gesättigt und, äh, das macht die Psyche auf keinen Fall, äh, labil, also, äh, ganz im Gegenteil, also viele kalorienreiche Sachen, äh, sind körperlich beeinträchtigend, äh, gerade weil man in Massen, äh, ungesunde Sachen konsumiert. Also, das kann auch die Psyche beeinträchtigen, also, äh, der Punkt war, äh, Käse. Dann, äh, ja, dritte Runde findet bei Nathalie statt und das ist dann halt, äh, ziemlich langweilig. Hier musste der David anmerken, Nathalie sein Bonzenkind, wobei er sozusagen sich bei seinem Dinner auch sehr bonzig, beziehungsweise eher artlich gezeigt hat, äh, und die wurden ihm nicht mal gehört und so. Lustig war dann noch sozusagen, dass, äh, Nathalie dann so nach Anweisungen der Mutter gekocht hat, also, die stand die ganze Zeit in der Küche und hat da Anweisungen gegeben, was sie tun sollte. Das war dann auch lustig. Ortega hat dann so ein bisschen über, ähm, ja, seinen Ketchup-Konsum philosophiert und geredet. Das war eigentlich auch eher langweilig und er sprach dann den Stress zwischen Legert und Fürst an. Ähm, ja, das war dann auch sozusagen, ja, Wiederkeuen alter Sachen, ähm, wo halt denn die Fürst auch meinte, ja, das ist, äh, sozusagen, sie kann halt den Finger in die Wunde legen, sie ist halt halt journalistisch. Also, wo ich den auch fand, äh, was ist denn das für ein Quatsch? Das hat ja mit Journalismus nichts zu tun, wenn sie da sozusagen, äh, gut gegen ihn fronten und pöbeln kann. Aber, egal. Äh, witzig war dann noch zum Schluss, äh, hatte die Nathalie, um das Tiramisu, äh, vegan zu halten, äh, Sojamilch reingemacht. Das hat dann der Fürst nicht, äh, gepasst, weil sie meinte, das mache dumm und erzeuge Krebs. Muss man wissen, Soja sozusagen ist, äh, da ist Gift drin, ne? Also sozusagen sollte man nicht in Massen, äh, konsumieren, aber ansonsten bei der Nathalie war es recht langweilig. Und naja, relativ langweilig war es dann auch bei der Fürst. Sie hatte die ganze Wohnung abgeriegelt, beziehungsweise fast die ganze Wohnung, also nur sozusagen die Küche und der Wohnbereich war betretbar, äh, weil sie wollte großartig Privates nichts zeigen. Äh, als Schnippelhilfe tauchte der Florian, der, glaube, Sohn von den Botox-Boys auf. Äh, der, der war ja mit der, mit dem Ortega in derselben Big-Brother-Staffel. Deswegen hoffte ich so, ah, ihr Krawall, da hatte ich mich eigentlich gefreut, dass die vielleicht so ein bisschen aufeinander rappeln. Und, äh, der Florian hat auch ein paar Kampfansagen gegen Ortega gemacht. Aber groß ist da nichts wirklich passiert. Äh, äh, schade. Ansonsten, das Highlight war wirklich, äh, dass, äh, Ortega und Nathalie gefüßelt haben. Zum Schluss haben sie sich auch ein bisschen verquatscht. Äh, da hat der Ortega sozusagen, ja, bei der Schlussszene vor der Kamera, bei der Bewertung, äh, sie so ein bisschen so, äh, körperlich angegangen, sag ich jetzt mal. Und sie sagten so, nicht, äh, David oder David, äh, das darfst du doch vor der Kamera nicht machen. Wo ich mir denke so, aha, die sind also doch zusammen. Ähm, äh, ansonsten bei der Fürst die Kochkünste, das war wirklich so Hausfrauen-Koch-Style, aber auf, äh, Vegetarisch, beziehungsweise vegan gemacht. Den Kuchen hat sie gekauft gehabt, äh, dafür, dass sie sozusagen, äh, hier und da sozusagen viel zu meckern hatte und relativ hohe Ansprüche hatte. Das war dann auch nicht wirklich sozusagen der Knüller, also überzeugt hat sie nicht. War so ein bisschen enttäuscht, dass sie dann halt nicht tolle Punkte gekriegt hat und so, also, ja, also, ähm, ich hätte mir eigentlich von der Fürst mehr erwartet. Ach ja, sozusagen, sie hat ja dann noch erzählt, sie kriegt viele Angebote über Facebook, vor allen Dingen von Fußfetischisten, das war noch witzig. Auch sozusagen, äh, der David hat versucht, ein paar Späße zu machen, was bei der Fürst auch nicht so gut ankam, wobei es auch teilweise ein bisschen übertrieben hat. Äh, aber, also, wirklich unterhaltsam war eigentlich bei, äh, beim Menderes und beim Ortega. Beim Ortega, weil er natürlich sozusagen sich um Kopf und Kragen gequatscht hat und beim Menderes, das war einfach so cool, wie, also, wirklich, äh, wie der, das ist eigentlich seine Rumpelbude und so, das war irgendwie cool, dass er auch alles gekauft hat und so. Also, äh, es war schon sozusagen, äh, eine lustige Sendung, aber sozusagen, äh, zum Ende hin wurde es dann leider langweilig. Also, wenn ich da sozusagen, äh, an die Staffel mit einem, äh, Wendler denke, wo ja zum Schluss der große Kracher kam, äh, dass der Wendler da Köche engagiert hatte und so tun wollte, als kocht es eher. Naja, aber man kann ja nicht alles haben, dafür war der Anfang cool.